Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Es regnet immer wieder oder immer weiter. Dämme brechen, ein Erdrutsch sorgt dafür, dass ein ICE entgleist. In vielen Orten, in Bayern, geht es nicht mehr darum, Häuser zu schützen vor dem Wasser. Das haben die Helfer aufgegeben. Es geht jetzt nur noch darum, Menschen zu retten. Denn das alles ist auch richtig gefährlich. Ein Mann bekommt einen Stromschlag, ist lebensgefährlich verletzt. Eine Frau wird im Keller eines frühgelaufenen Hauses vermutet. Ein Feuerwehrmann wird vermisst. Bei einem anderen ist inzwischen klar, dass er in den Fluten gestorben ist. Er wollte Menschen aus diesen Wassermassen retten und starb dann selbst darin. Ein 42-jähriger Feuerwehrmann ist in Pfaffenhofen an der Ilm verunglückt, als das Boot kenterte, mit dem er und seine Kollegen unterwegs waren. Heute Morgen wird der Tod geborgen. Vizekanzler Robert Habeck, der am Mittag gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder die Überschwemmungsgebiete besucht, zeigt sich tief betroffen. Ich wünsche der Familie und allen Angehörigen so viel Kraft, wie es möglich ist in dieser schwierigen Zeit. Viele Menschen sind mit dem Leben davongekommen, aber haben wahrscheinlich erst einmal Haus und Eigentum, jedenfalls beschädigt, möglicherweise verloren. Die Lage in Oberbayern spitzt sich heute im Lauf des Tages immer weiter zu. Bei Reichertshofen bricht ein Damm. Innerhalb kürzester Zeit flutet das Wasser am Mittag gleich mehrere Ortschaften. Die anliegenden Gemeinden, Anreichertshofen, Baebenhausen und Manching werden aufgegeben. Das heißt, da finden keine Sicherungsmaßnahmen statt, sondern es werden nur noch die Leute gerettet. Mit Lkw werden Anwohner in Sicherheit gebracht. Allein in Bayern mussten inzwischen 3000 Menschen ihre Häuser verlassen. Das Wasser stieg gefährlich schnell. Garage, Kellern, alles voll. Ich bin in der letzten Sekunde aus dem Keller raus, sonst werde ich nicht mehr rauskommen. Dramatische Szenen auch in Günzburg. Auch hier wurden Menschen von den Fluten in ihren Häusern eingeschlossen. Einige mussten sogar mit dem Hubschrauber gerettet werden. Riesenschreck auch für die Passagiere dieses ICE, der gestern Abend in Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg entgleiste. Ein Hang war abgerutscht, Bäume auf den Schienen gelandet, zwei Waggons sprangen aus den Gleisen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ziemlicher Schock auf jeden Fall. Also es waren auf einmal, ja, man war auf jeden Fall besorgt, ob irgendjemand was passiert ist. Das ist ja Gott sei Dank nicht, soweit ich weiß. Und wurde dann auch ziemlich gut geändert und alle sind ziemlich ruhig geblieben. Aber war schon erstmal ein ganz schöner Schock, vor allem als es dann hieß, der Hang rutscht weiter und man schon ein bisschen Angst hatte. Die Bergung des Zugs gestaltet sich heute schwierig. Die Strecke blieb erstmal gesperrt, wie auch viele andere Bahnstrecken. Und ein Ende der Katastrophenlage ist nicht in Sicht. Während sich im Westen, wie hier im Unterallgäu, das Wasser langsam zurückzieht, bleibt die Lage weiter östlich in Bayern kritisch. Also die Einsatzkräfte, nicht zuletzt natürlich auch das Rote Kreuz, ist seit mehr als 24 Stunden im Dauereinsatz. Und kommt auch an Kapazitätsgrenzen. Und es ist halt eine Lage, die es so halt bisher noch nicht gab. Und sie müssen weiter durchhalten. In vielen Orten wird der Scheitel des Hochwassers noch erwartet. Tja, das Ganze eine Lage, in der Regen dann plötzlich Angst macht. Wenn wir mal auf die offizielle Hochwasserkarte gucken, hinter uns, dann sehen wir, fast der komplette Südosten Deutschlands ist da betroffen. Überall Hochwasser, das ist orange. Großes Hochwasser in den roten Bereichen, also dieser Streifen quasi. Und lila. Unten heißt sehr großes Hochwasser, das gibt es vor allem im Allgäu. Wobei die Lage teilweise wirklich von Ort zu Ort nochmal ganz unterschiedlich ist. Wir gucken jetzt in den roten Bereich, ein Dorf in der Nähe von Augsburg. Da gab es am Nachmittag wenigstens mal eine Regenpause. Rettung per Boot im Flutgebiet. Die Gruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft nimmt uns mit zu einem Einsatz hier in Dinkelschaben bei Augsburg. Das Ziel ist am anderen Ende der überfluteten Straße. Wir müssen vor zur Eisdiele auf der rechten Seite, die Hausnummer 18. Das Wasser steht noch bis zu einem halben Meter auf der Straße. Aber das ist nicht das eigentliche Problem, sagt der Einsatzleiter. Die Herausforderung ist, dass wir hier Gewässer haben, das Unbekanntes für uns ist. Wir haben Gefahrenstellen wie Gullideckel, die fehlen, die für uns natürlich auch dann Probleme bereiten können. Und wir haben teilweise in den tieferen Bereichen noch sehr starke Strömungen. In diesem Haus wohnt Christina Zirch im zweiten Stock. Erst vor ein paar Wochen ist sie hier eingezogen. Die eigene Wohnung nach mehreren Schicksalsschlägen. Eigentlich wollte sie sich nicht evakuieren lassen. Aber heute ist der Strom ausgefallen. Ohne Strom, keine Nahrung. Und das geht ja auch alles im Kühlschrank kaputt und kann nichts kochen. Und von daher ist es jetzt die beste Entscheidung zu sagen, jetzt gehe ich, damit ich ins Warme komme, geschützt bin, im geschützten Rahmen bin. Und wenigstens da dann irgendwie warme Nahrung bekommen kann. Dinkelscherben, Marktgemeinde in Bayern, knapp 7000 Einwohner. Im Zentrum stehen fast alle Keller unter Wasser. Die Flut, sagt Anwohner Walter Ringler, sie sei gestern in 20 Minuten über den Ort hereingebrochen. Ich bin schon lange hier am Ort, das ist jetzt, einmal haben wir Hochwasser gehabt, da war es vielleicht halb so hoch, das Wasser. Aber das, was da jetzt gestern und heute abläuft, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Man müsse jetzt zusammenhalten und nach vorn schauen, sagt er. Am Rande des Flüsschens zusammen stehen Andreas Schüttler und seine Söhne Emil und Anton. Bisher sind sie verschont geblieben. Und doch... Normalerweise kann man hier bis auf den Grund runterschauen, die zusammen... Jetzt sind wir bei 2,60 Meter Höhe, das ist unglaublich. Da drüben haben wir eigentlich einen Bach, der ist 40, 50 Zentimeter breit. Und jetzt geht er bis runter unter die Brücke. Das ist unglaublich, was hier gerade passiert, muss ich sagen, unglaublich. Nicht weit entfernt treffen wir andere Helfer. Freiwillige des Technischen Hilfswerks füllen Sandsäcke, um Dämme zu stabilisieren und Häuser abzudichten. Wie Stefanie Eulett. Das tut einem natürlich auch wahnsinnig leid, dass es diesmal uns getroffen hat. Aber genau, so tut man wenigstens was Gutes. Zurück zum Rettungseinsatz der DLRG. Christina Zirch hat das Nötigste zusammengepackt. Und auch Nachbarin Jennifer Hieber wird mit Gepäck und Katzenbox evakuiert. Die Zukunft für beide Frauen, ungewiss. Mir wurde gesagt, wenn es zur Feuerwehr gebracht ist, so eine Zentrale, und da versuche ich jemanden von meinem Bekanntenkreis zu erreichen, ob ich irgendwo unterkommen kann. Ansonsten weiß ich, dass in Horgau noch so ein Notfallhotel ist, die uns auch aufnehmen könnten. Wie geht es Ihnen jetzt? Manchmal braucht es keine Worte. Die Bewohner von Dinkelscherben hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird. Denn für heute Abend ist wieder Regen angekündigt. Und auf den Abend schauen wir jetzt live. Unser Reporter Carsten Uperdeck ist in Nordendorf, nördlich von Augsburg. Auf der Internetseite dieses Ortes heißt es, ich lese mal vor, aktuell läuft das Wasser nahezu aus allen Richtungen ungehindert ins Dorf. Das war Stand heute Mittag. Carsten, wie ist es jetzt? Ja, es regnet vor allen Dingen auch wieder. Und der Damm ist heute am Nachmittag, ich soll nicht sagen gebrochen, er ist überunterspült worden. Das heißt, er ist an mehreren Stellen gebrochen. Das heißt aber nichts anderes. Der Damm, der Schmutter, das ist ein Nebenfluss, der in die Donau fließt, der ist gebrochen und fließt jetzt ins Dorf hinein und hat das Dorf bis zu 1,20 Meter überspült. Die Straßen stehen unter Wasser. Das heißt jetzt, dass sogar die Bundeswehr hier vor Ort ist. Die retten Menschen, weil selbst die Feuerwehr diese Menschen nicht mehr retten kann. Das kann nur die Bundeswehr mit sehr großem Gerät, heißt sehr großen Fahrzeugen. Es gab auch einen Hubschrauber, der auch Menschen gerettet hat, die nicht mehr rauskommen. Und die Wasserwacht, habe ich gehört, die ist durch die starke Strömung der Schmutter, die hier in das Dorf gelaufen ist, die hat aufgehört zu operieren, weil sie sagt, die Strömung ist so stark, dass auch wir das jetzt nicht mehr hinbekommen. Das heißt tatsächlich, von den 2.500 Einwohnern, die es hier gibt, ist ein Großteil evakuiert und nicht freiwillig evakuiert. Bisher hatten wir immer so den Fall, dass gesagt wurde, bitte geht, aber wenn ihr wollt, dann bleibt halt zur Not. Jetzt wurde tatsächlich zwangsevakuiert. Die Leute müssen gehen, weil so starke Gefahr besteht. Nicht nur, dass die Keller voll sind, sondern dass Häuser, auf Deutsch gesagt, sogar weggespült werden. Carsten, wir sehen und hören, dass es da immer noch kräftig regnet. Was sagt denn die Wettervorhersage? Hört das irgendwann auch mal auf? Ja, es soll weniger werden, man weiß es aber nicht so genau. Es regnet jetzt wieder, es war zwischendurch lange trocken, es wechselt sich so ein bisschen ab. Tatsächlich ist aber der Schwerpunkt, wie ihr schon gesagt habt, in den Norden gewandert. Das heißt, die Zuflüsse zur Donau und die Donau selbst sind jetzt der Schwerpunkt. Der Süden hier gerade in dieser Region hat bestenfalls das Gröbste hin. Ich habe gerade mit dem Nachbar gesprochen, der sagt, er hofft, dass er das Gröbste hinter sich hat. Der Keller ist zwar voll, aber er hofft, dass zumindest die anderen Etagen verschont bleiben. Carsten Operdeck live aus Nordendorf bei Augsburg. Soweit unsere Berichterstattung über das Hochwasser in Süddeutschland.